Nee, nee, ich muss dir nachher mal einen Link schicken. Da gibt's was Schönes in Amazon, was zum Thema passt. Dann schick's mir auch, dann du ich es jetzt einfügen. Okay, warte, ich guck kurz. Nein! Ich meinte, wenn ich das Video dann schneide, du ich es jetzt einfügen gerade. Wo ich grad... so. Dass alle wissen, was du meinst. Ich hab's gefunden. Ich hab keine SP mehr, schon wieder. Verdammt! Ich schreib's einfach schon mal in Skype rein und du kannst nachher einfach drauf gehen. Ja, genau. Viel Spaß. Wenn's was schmutzig ist, dann wird's nicht drin sein. Was erwartest du, wenn ich von dem Thema Gummipuppe ausgehe, dass es nicht schmutzig wird? Ja, Chris, ich hätte zwei wir verlegen müssen. Ja, ich muss jetzt gucken, ob man das Video dann überhaupt hochladen kann. Ich schau's mir erst mal an und dann... Mach ich, glaub ich, zwei Versionen. Und eine Art 18 Version und eine normale Version durch hochladen, so. Ja. Aber mal schauen, wie das aussieht. Aber bis jetzt hab ich noch nicht gesehen. Ich hab jetzt noch was anderes zu tun. Also ich kann jetzt nicht einfach reingucken. Das geht nicht. Ich bin jetzt so beschäftigt. Ja, Chris, genau. Ähm... Hast du Zeit danach? Noch eine Stunde? Kommt du an? Ich würde... Ich würde das Spiel halt noch mit vier Gast... Also die erste Levelgruppe hab ich ja komplett. Ich würde das Let's Play mit vier Gast-Kommentatoren halt fertig spielen. Ich hab den Quest schon begrenzt, ich fahr zu Mustafa. Und ähm... Du wärst halt einer und jeder, dann geb ich eine Stunde, weil das Spiel dauert insgesamt nur fünf Stunden, wenn du weißt, was du machst. Also von dem her... Okay... Eine Stunde für eine Levelgruppe, deswegen, ja. So würde ich das dann machen. Äh... Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, Angi. Ich hab hier drei von zehn, Collector, Briefcast... Achso, ich muss... Ich muss immer noch drei... Ich hab erst drei von zehn erst. Mann. Scheiße. Das ist nicht gut. Ja, würde ich auch so sagen. Was sind denn die Gegner eigentlich? Da unten. Ich muss voll niesen. Meine Nase juckt, aber er kommt nicht raus. Dann lass es lieber. Oh, jetzt ist er weg. Das hasse ich immer. Komm mal her und hilf mir mal. Ach, nö. Na gut, den kann ich dir vom Arsch halten. Wenn ich den erwische. Fünf. Oh, Scheiße. Was denn? Der hängt mir von in deinem Hass in das Jungfurt. Der will nicht. Dann lass ihn raus. Der will nicht. Oh, ich hasse es. Ja, das zum Kotzen, ey. Schau. Oh, jetzt ist er weg. Setz dich hin, Chris. Wieso? Du hast kein SP mehr. Ja, dann mach mal weiter. Mach weiter, mein Bimbo. Da steht neben dir einer. Töte ihn. Töte ihn. Los, Bimbo. Jetzt mach schon, mir fehlt nur noch vier still. Komm, komm mal weiter machen. Ja, ich musste auch mal SP regenerieren. Oh, du. Komm, du hast fast voll. Du stehst mal. Ja, weil ich mich grad hingesetzt hab, du. Bei mir stehst du. Also knapp. Ja, ich hab's gedacht, ich wollte dich aussprechen, Markus. Go, Bimbo. Nein, hier wird keiner abgeschleppt. Nein. Nein, das ist ein ganz lieberer Mann. Mit Hitten. Das weißt du doch gar nicht. Ganz lieberer Mensch mit Hitten. Du weißt nicht. Du wirst voll reduziert drauf. Ich bin irgendwie schoss, ne? Du kennst mich nur so, wie ich mich nicht überhielt. Nackt. Nackt. Wenn ich so möchte, würde ich sie hier machen, ja. Nur ich habe keinen Linsery-Anzieher. Wobei, den würde ich dann in den Whipper reinpumpen. Auf den Wast. Wer weiß, was du noch gerne in den Whipper reinpumpen würdest. Psst, sei ruhig. Ja, ja. Jetzt mal harthaft, du nicht? Das kannst du mir nicht erzählen. Ne, ich habe noch ein Relife. Ja, aber wenn ihr eine Frau, die so aussehen würde, so gegenüberstehen würde. Also, ähm. Ah, ähm. Ich glaube, die Frage beantwortet sich von selber. Ja, ne, siehst du? Genau das meine ich. Genau das habe ich ja gemeint. Chris, was sagst du dazu? Jetzt mal nicht an deine Freunde denken. Und daran, dass sie mit das Video vielleicht anschaut. Also, abschlagen würde ich, abschlagen, also wenn ich Single wäre, würde ich auf jeden Fall nicht abschlagen. Ah, ehrliche Antwort. Ganz der Chase. Okay. Ja. Jetzt zieht es gerade wieder durch die Nase, ey. Aber dann müsste ich meine Freundin noch nie gesehen haben, dann ist das ja was anderes. Weißt du, wie sich das nennt, Markus? Schieß los. Gewissen. Ach so, ja genau. Was ist das? So was kenne ich nicht, das habe ich nicht. Warum wusste ich, dass die Antwort kommt? Boah, ich brauche ein Tempo. Kurz mit dem Mikrofon gemutet. So, okay. Zu GR. Wieder eine neue Mission bekommen. Machen wir mal kurz. Markus seine Geräusche. HAPU! Okay. Na, wir kommen noch mal kurz. Eben gar nicht, ich habe mir nur die Nase geputzt. Wohin? 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 Monitore Thronis. Oh, meine Nase ist schön frei. Wo fährst du jetzt hin? Monitore Thronis. Am Ende der nächste Battle an 16 Uhr, oder? Ja, immer um Volluhrzeit. Mach mal das hier. Das stört nämlich nichts anderes. Pass aber auf bei den, die warten gut. Damage. Lalalalalala. Ja, das würde mir jetzt kein Damage machen. Kurzabgabe. Ich habe immer noch 0 von 10. Ich habe 1. Ich habe 0 von 10. 10 ist auch die Richtigen. Ja. Nein, jetzt habe ich auch 1. So, die sind nicht so schlimm. Gut, dann lasse ich dich mal machen. Ja, aber da ist ein Stalker jetzt. Der stalkt mich. Der stalkt mich. Das ist nicht das Problem. Du hast ein anderes Problem. Ich kipp schon Energie. Ja, aber keine C mehr. Ja, genau. Das ist dein Problem. Das soll heißen, setz dich auf deinen fetten Arsch. Hey, er ist schlank. Oh Gott, der hat mich jetzt fast down geschossen hier. Setz dich auch mal hin. Ja, mache ich auch. Ich will erst mal eine Pulle haben. Achso. Wieder da. Da würde ich sagen, dann machen wir in 5 Minuten auch wieder das Video zu Ende. Dann machen wir nächstes Turmpike Battle und dann warst du es erstmal, oder? Nö. Ja, können wir es so machen. Ja. Da kann ich noch von Trekkingest auch noch was machen. Ey, ich denke, du wolltest uns geben. Let's play it up. Ja. Nein, nicht heute halt, allgemein. So. Alter, was treffst du da? Der Markus kann ja auch mitmachen. Komm, Markus kann auch mitmachen. Bei was? Ich gleich. Nein, nein. Als Gastkommentator bei mir. Bei was denn? Bei dir. Zombie vs. Plampfen. Ja, genau. Keine Ahnung. Nee, egal. Ich kann nicht machen. Ja, komm. Hast du so nicht, ich hab morgen eh keine Schule, ich hab morgen eh keine Schule, ich hab frei, ich bin in meinem Küchen fest. Hast du so kein privates Leben, also kannst du ruhig mitmachen. Also ich bin aber weg, bis dann, privates Leben ruft. Ja, nee, von mir aus, kein Problem. Ich hab wieder mitmachen. Ich hab wieder mitmachen. Ich hab wieder mitmachen. Ich hab wieder mitmachen. Was ist los mit dir? Da muss ich mal gucken, ob das, warte mal, man kann doch zu dritt gar keine Bildschirmübertragung machen, oder? Ja. Ja. Teamweaver. Ja. 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 Habt ihr irgendwie in der Gilde, oder habt ihr einen Raum, oder so, dann können wir ja alle da reingehen. Und dann kannst du dann auch Teamspeak anrufen. Kann man nicht, ähm, einfach auch ein Privatgespräch zu dritt machen? Ich hab einen Teamspeak-Server, da können wir drauf, da seh ich uns alle drei in einen Channel, wo uns keiner stören kann, und dann ist es gut. Ah. Ah. Aber nicht, dass da noch einer zugewuselt kommt. Ja, nee, ich bin auch... Oh, Platz gegen Zombie. Cool, das hab ich auch ein halbes Jahr lang gespielt. Also, so und so. Ja, nee, der kriegt dann erstmal einen Time-Bun vom TS, weil ich hab da auf dem TS meine Rechte, und dann kann ich die Time-Bun wie ich will. Oder Permabun wie ich will. Je nachdem. Na dann, also. Dann müssen wir es nur mit Bildschirmübertragung machen. Gar nicht. Gar nicht, ohne Bildschirmübertragung. Ja. Ja, können wir dann ja noch bereden. Schließlich spielen wir hier grad noch mit Titten. Und nicht mit Pflanzen. Mit Robotern. Titten. Wie war's denn schon? Titten. Acht jetzt. Mann, ist schon erbärmlich, wenn man uns so reden hört, worauf wir das weibliche Schlecht... Geschlecht reduzieren. Ja, genau. Ganz ehrlich, ich hab damit kein Problem, wenn jetzt irgendwelche Leute kommen und da Kommentare schreiben, ja hier, ihr reduziert Frauen nur auf das und so weiter. Nein, das tun wir nicht. Wir machen uns einfach nur drüber lustig, über so ein Computerspiel, wo halt wieder mal die Koreaner oder sonst wer am Berg waren, wo wir halt so ein bisschen mehr aufgepusht haben. Okay. Aber jetzt, dass es hier auf irgendwelche Frauen jetzt hier hingehen soll, die irgendwo draußen rumstehen oder keine Ahnung, in die Allgemeinheit, ist nicht. Es ist einzig und allein auf das Spiel gerichtet. Für jetzt Leute, die sich denken, ey, guck mal die Wichser an. Entschuldigung für das Wort Wichser, aber die machen sich da voll lustig und bla und ist nicht. Ich hab dich. Ich hab 10. Ach, sehr schön. Gut, dann können wir ja zu Markus. Äh, Markus. Ja genau, können wir zu Markus. Können wir zu Markus. Oh, Markus hat's auf, hake es doch wieder zu dir. Die Türen sind schon abgeriegelt. Fenster auch. Sicher, dass ich da rein komme? Wir wollen nicht wissen, warum. Du kommst hier nicht rein. Dafür werde ich selbst sorgen. Markus, ich will dir da was zeigen. Ich will's aber ja nicht sehen. Und wenn du's durch den Schlitz durchschiebst, dann schneig ich's ab. So, Markus. Äh, das ist Stalkers. Oh, die Nigger nerven. Warte kurz. Ich muss mein Inventar wieder leer machen. Alter, du hast doch vorhin erst verkauft. Ja, ist jetzt schon wieder voll. Warte, ich hab die, ha, Anmeldung zum Battle. Schnell mach das. Okay, hab. Oh Gott, hoffentlich sind wir mal reingekommen. Wieso? Oh Gott. Oh Gott, ja. Als ich reingekommen habe in der Liste, war das 19 Three Nights Anmeldung und erst 5 Royal Guards Anmeldung. Das heißt, es müssen noch mindestens 3 Royal Guards mehr werden, dass wir auf jeden Fall dabei sind. Oh Gott. Und ich hab wahrscheinlich eh früher gedrückt als du. Jetzt sind's schon 17, zwei Stück noch fehlen. Hoffentlich wird das was. Oh. Alter. Was machst du da im Hintergrund? Ich weiß, mir ist langweilig. F mich nach. So, ich mach erstmal Schluss mit dem Video. So, erstmal Pause. Im nächsten Video kommt nochmal Turnpike oder auch nicht. So, bis gleich. Alter. Ja. Hahaha.